Deine Persönlichkeit und deine Ausstrahlung entscheiden über das Wachstum, über die Qualität und die Standfestigkeit deines Unternehmens. Und da ist es ganz egal, was du im Außen für Prozesse in Gang bringst. Du mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Ausstrahlung bist der wichtigste Faktor in deiner Firma. Und genau deshalb ist es mir so wichtig, dir den inneren Weg für dein Persönlichkeitswachstum anzubieten. Warum mache ich das? Deine Persönlichkeit wird zu 95% von unbewussten Automatismen geprägt. Nur 5% sind bewusstes Denken und Handeln und Fühlen. Kannst du dir vorstellen, welches Potenzial du für dich, dein Leben und deine Firma, dein Unternehmen freisetzt, wenn du dich an diese 95% wagst? Ich weiß, dazu gehört erst einmal ein bisschen Mut. Doch ich weiß auch, dass du mutig bist, denn sonst hättest du niemals ein Unternehmen gegründet. Und so lade ich dich ein, einen neuen Weg zu gehen, einen ganz anderen Weg. Jeder Mensch hat ein negatives Selbstbild in sich, was er trägt und was er so weggedrängt hat, dass es ihm nicht bewusst ist. Er hat es kompensiert durch, wie ich immer so schön sage, ein Glitzer-Ich. Durch zum Beispiel Leistung, durch noch mehr, größer werden. Das sind die Dinge, wodurch wir das negative Selbstbild zum Beispiel kompensieren. Doch in stillen Stunden wirst du dann merken, irgendwie fehlt mir noch was zum Glück. Und das ist genau der Moment, wo dein negatives Selbstbild anklopft und sagt, hey, ich bin da und ich agiere aus tiefster Ebene und du wirst mich nicht unter den Tisch kehren können. Ich komme so oft und klopfe so oft an, bis du mich wahrnimmst und mit mir arbeitest. Die meisten lenken sich dann ganz schnell wieder ab, indem sie noch ein Hobby beginnen, noch mehr in der Firma arbeiten oder noch größer werden. Neuer Partner gibt zu tausend viele Möglichkeiten. Und genau hier lade ich dich ein. Ich helfe dir, dass du dein negatives Selbst erkennst und es löst. Weil du hast es irgendwann mal aufgebaut vor vielen, vielen Jahren. Und du wirst merken, es dient dir überhaupt nicht mehr. Und du wirst hier den Mut haben, das zu lösen und wirst auch merken, wie schnell es geht. Ich weiß es, denn ich bin diesen Weg selbst gegangen. Und ich bin so dankbar, dass ich das alles selbst erfahren habe und dir mit meiner Erfahrung zur Seite stehen kann. Deshalb arbeiten wir mit dem medialen Hypno-Coaching. Schau es dir ruhig an, worum es da geht. Und wir arbeiten an diesen Automatikprogrammen. Diese 95 Prozent. Und wir arbeiten immer so, dass du immer deine Kontrolle hast. Du bestimmst. Und dein Unbewusstes bestimmt. Dein Unbewusstes ist der weise Anteil in dir, der immer das Beste für dich will. Und so bestimmt ihr die Richtung und auch das Tempo. Und ich bin diejenige, die dich mit meinem absoluten Know-how, mit meinem Alleinstellungsmerkmal des medialen Hypno-Coachings unterstützt. Und ich freue mich auf dich. Nutze gern das kostenfreie Beratungsgespräch. Ich weiß, der erste Schritt ist der mutigste. Doch es ist auch der erste Schritt in die Heilung, nämlich mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns auf dich.